Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Kann es Zufall sein? Friederike ist verwirrt. Immer wieder taucht in ihrem Umfeld die alte Frau Gantner auf. Ohne ersichtlichen Grund. Friederikes Freund merkt angeblich nichts davon. Könnte es sein, dass nicht Frau Gantner und auch nicht der Freund Böses im Schilde führen, weil Frau Gantner längst schon tot ist? Könnte es sein, dass Friederike selbst die ist, die langsam durchdreht? Frau Gantner von Guy Helminger. Regie Jok. Die Wohnung ist schön. Nicht ganz so groß wie die hier, aber wir sind ja nur zu zweit. Ja, ihr müsst euch aus dem Weg gehen können, das ist wichtig. Zu viel Nähe zerstört die beste Freundschaft. Ben, wir sind nicht zusammengezogen, um uns aus dem Weg zu gehen. Es ist gerade drei Wochen her, euer Umzug. Wir können ja nächstes Silvester noch mal drüber reden. Jetzt machen wir halblang, Ben. Dein Freund hat offensichtlich ein paar Probleme. Ja, oder zumindest wir beide könnten uns vornehmen, uns im neuen Jahr besser aus dem Weg zu gehen. Ich werde mir Mühe geben. Aber weißt du, was die da hinten mir gerade erzählt hat? Im nächsten Jahr sollen die Mieten im Viertel wieder steigen. Das ist doch verrückt. Dann kann ich mir noch mehr dumme Sprüche von den Kunden anhören, weil alles zu teuer ist. Mach ich vielleicht die Preise? Silke, wir haben gerade ein anderes Thema. Ja, du hast immer ein anderes Thema. Warte, ich komme mit dir. Noch drei Minuten. Friederike. Ja, was? Komm hier. Ist doch alles gut. Es ist wunderbar, mit dir zusammen zu wohnen. Ich hatte so viel Scheißzimmer und jetzt eine ordentliche Wohnung mit dir zusammen. Markus, dein Freund ist ein Arsch. Ich weiß. Komm schon, unsere Wohnung ist klasse. Mein letztes Zimmer hast du doch gesehen, diese Besenkammer mit Gitterstäben vorm Fenster. Ja. Und davor habe ich bei einer alten Frau gewohnt, die mich so bemuttert hat, dass ich sie am liebsten um die Ecke gebracht hätte. Was? Das heißt, so alt war die gar nicht. Mitte 50, schätze ich. Aber die war überall. Wenn ich nach Hause kam, war jeden Tag mein Zimmer aufgeräumt. Ich hoffe, du räumst nie mein Zimmer auf. Nee, nee. Dann mach dir mal keine Sorgen. Tanz doch auch mal. Das konnte ich erst überhaupt nicht ertragen, aber dann war es irgendwie gut. Ich habe absichtlich Chips auf den Teppichboden verstreut, bin aus dem Haus raus und wenn ich wiederkam, war alles sauber. Die hat den ganzen Tag darauf gewartet, dass ich gehe, damit sie in mein Zimmer kann. Was? Und das hast du dir gefallen lassen? Naja, ich habe in ihrer Wohnung gelebt, die Miete war niedrig und Frau Gantner war immer öffig und nett zu mir. Wie hieß die? Frau Gantner. Den Vornamen weiß ich nicht. Ich habe immer nur Frau Gantner gesagt. Grafenwertstraße 5? Ja. Das gibt es doch nicht. Also, vor sechs Monaten, ja, kurz bevor wir uns kennenlernten, wollte ich aus meiner WG ausziehen, weil mir, naja, ein Jahr auf die Nerven ging. Ich habe bei Freunden rumgefragt, ob jemand was wüsste und dann kam eines Abends dieser Anruf. Eine Frau Gantner meldete sich, sagte mir, sie habe von einem gemeinsamen Bekannten gehört, ich suche ein Zimmer und sie habe eins. Meine Frau Gantner? Ich weiß ja nicht, ob das deine Frau Gantner war, aber wenn du Grafenwert 5 gewohnt hast, dann... Und wer war der gemeinsame Bekannte? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Sie wollte es mir nicht sagen, weil der gemeinsame Bekannte es ihr verboten hatte, aber ich gehe davon aus, dass es mein Vater war. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hast du dir das Zimmer bei Frau Gantner angesehen? Ja, ich war da. Wie sah es aus? Kral, vielziger Teppichboden, ein Bettstand drin, ein Schreibtisch, ein Stuhl und... Stimmt, an der Wand dahin so ein... Ein gerahmtes Bild von einem Flugzeugträger. Das ist mein Zimmer, das ist nicht möglich. Das ist doch abgedreht, oder? Ich nehme doch kein Zimmer mit Schrank auf den Flur. Alles war eng, ich dachte, hier stößt du dich überall. Nochmal, die hat dich einfach so angerufen und war selbst da, als du hingegangen bist? Ja, klar, wieso nicht? Ich habe ihr gesagt, ich würde es mir überlegen, mich später melden und... Und, hast du ihr abgesagt? Nein. Hättest du tun können. Ich weiß. Freunde, alles Gute. Oh, danke. Ihr trinkt. Es schmeckt zwar nach Medizin, ist aber die altbewährte Fruchtbohle. Wenigstens die Bohle bleiben, verändert sich nicht. Ich liebe euch. Danke. Danke. Die hatte einen Irrenblick, lebloser Augenweh, wie eine Taube. Ja, merkwürdig war die. Wer? Ach, die kennst du nicht. Vielleicht doch. Bin, komm mal. Bis später. Weißt du, Markus, also ich weiß jetzt gar nicht, ob... Na ja, also es klingt verrückt, ja? Aber als wir uns kennenlernten da an dem Samstag im Schwimmbad... Klar, weiß ich das. Na ja, da war Frau Gantner auch im Schwimmbad. Was? Ich meine, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Sie trug so eine rote Schwimmkappe mit Blumen drauf, aber das war sie. Erst bin ich rumgeschwommen, hab einige Bahnen gezogen und dann... Was kann ich sagen? Und dann schwamm diese Frau an mir vorbei. Ich habe nur ihre Augen gesehen unter dieser Schwimmkappe, aber ich bin total erschrocken. Wieso das denn? Ich weiß nicht. Es war eben so. Ich bin dann am Rand geblieben, hab mich nicht umgedreht. Ich hatte so ein ungutes Gefühl. Alles an mir stand plötzlich unter Spannung und dann... Dann berührt mich diese Hand an der Schulter. Ah! Sag mal, bist du total bescheuert? Ich hatte dich nicht gesehen. Ich bin auf dem Rücken. Was ist denn los? So schlimm sehe ich nun auch nicht aus. Ich dachte... Gibt's Probleme? Nein, ich... Ich habe ihn nicht gefragt. Hat er Sie belästigt? Nein. Sie können es mir ruhig sagen. Nein, das ist schon in Ordnung. Na dann. Ist mir allerdings neu, dass Schreien zur Ordnung gehört. Hey, du da! Weg von der Rundschule! Ich heiße Markus. Den suchst du? Silvester war langweilig. Er liegt ja auch schon weit zurück. Eine Woche. Dr. Gräser. Ich bin hier, weil mein Vater der Meinung ist, ich soll einem Therapeuten was erzählen. Ich denke viel nach und ich habe jedes Mal das Gefühl, Sie versuchen mich zu bevormunden. Sie wollen die Richtung vorgeben. Als hätten Sie etwas mit mir vor. Das ist nicht meine Absicht. Ist es nicht so, dass nur bestimmte Menschen Psychotherapeut werden? Bitte? Silvester war... Silke ist mir mittlerweile fremd. Ihre Ängste sind mir fremd. Dieses alles verändert sich. Als beschwöre sie etwas herauf. Und Ben ist ein Stirnfried. Er hat so eine Art mir zu widersprechen, dass ich wütend werde. Aber versteht sich gut mit Markus. Ihr Freund? Wir wohnen jetzt zusammen. Ach. Wir sind seit fast sechs Monaten zusammen. Das haben Sie mir bislang nie erzählt. Natürlich habe ich Ihnen das erzählt. Vielleicht haben Sie zu viele Patienten. Wozu komme ich zu Ihnen? Haben Sie meine Akte verwechselt? Was schreiben Sie denn da dauernd? Hören Sie mir überhaupt zu? Ich meine, da kann ich doch gleich mit der Wand reden. Frau Meitzer, vielleicht war es mir gerade nur entfallen. Erzählen Sie doch einfach von Silvester. Nichts werde ich. Die Sitzung ist für mich beendet. Dass es hier so viele Vögel gibt, finde ich schön. Es war gut, dass wir uns eine Wohnung im Park genommen haben. Na, Vögelchen, ich kann euch nicht verstehen, aber es ist schön, dass ihr da seid. Ich werde mir ein Buch in der Bibliothek ausleihen, damit ich lerne, wer ihr seid und woher ihr kommt. Was machst du, Markus? Moment. Was machst du? Nein, das wird nicht gehen. Die kennt mich doch. Wir sollten jetzt etwas warten. Sie hat sowieso schon gefragt. Ich meine, das ist jetzt... Mit wem redest du? Mit niemandem. Ja, aber du hast doch telefoniert. Nein. Hey, jetzt komm. Mit wem hast du telefoniert? Ich packe gerade meine CDs aus, das ist alles. Vielleicht führe ich selbst Gespräche. Gibst du mir mal das Telefon? Bitte. Bitte. Silke? 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 Ja? Was machst du? Ich ordne die Sachen um. Es ist zwei Uhr nachts. Ich weiß. Ich kann nicht schlafen. Vielleicht müssen wir bald wieder ausziehen. Nein, das müssen wir nicht. Diese Wohnung ist mir unheimlich. Woher hat Markus diese Verbindung in eine so große Wohnung für ein Apfel und ein Ei? Wo doch die Mieten steigen sollen. Ach, Silke, bitte. Ich habe alles fest im Griff. Irgendwann werden wir umziehen müssen. Ich traue der Sache nicht. Aber nicht morgen. Ich bin müde. Komm, bitte. Mir gefällt das nicht. Komm jetzt ins Bett. Mein Gott. Wieso will er plötzlich nichts Rotes mehr essen? Es gibt viele gute Dinge, die rot sind. Paprikas zum Beispiel. Oder Radieschen. Vielleicht ist morgen eine andere Farbe dran. Was sollen wir denn dann essen? Sag mal, Friederike, fahren wir nur den Einkaufssorgen spazieren oder kaufst du auch was? Soll er das selbst kochen? Nichts Rotes mehr. Und wie soll ich Tomatensauce machen? Irgendwann will er auch nichts Rotes mehr anziehen. Dann muss alles Rote aus der Wohnung entfernt werden. Das ist doch krank. Was macht er, wenn er blutet? Lässt du das dann so lange laufen, bis alles Rote aus deinem Körper raus ist? Friederike, kaufen wir noch was? Natürlich kaufen wir was. Wozu sind wir denn sonst hier? Gut. Bohnen. Wir kaufen Bohnen. Nur Bohnen? Ja, das ist doch ein Anfang. Aus Ägypten, weißt du, wie teuer die sind? Ja, dann eben Möhren. Ich schubi ja. Möhren sind doch nicht rot, nicht wirklich. Rot nehmen wir Bohnen. Hier, Kartoffeln. Ich hab keinen Bock mehr einzukaufen. Ich auch nicht. Wie schnell man sich an Dinge gewöhnt, auch wenn man sie nicht direkt mag. Alles nimmt man hin, so als sei es nicht veränderbar. Mit wem telefoniert er? Im Mai gibt es Erdbeeren und ich werde welche kaufen, egal was er sagt. Wie kann man gegen rotes Essen allergisch sein? Keine Kirschen, kein Rindfleisch, keine Chilischoten. Ja, danke schön. Und zwei Euro zurück. Wiedersehen. Danke schön. Wiedersehen. Tag, sehr viel. Alles klar? Gar nichts ist klar. Die Wohnung, lieber Markus, 5,90 Euro. Der Vermieter ist schon seltsam. Ich hab da auch ein Privatleben, aber das schert den nicht. Der ändert, was er will. Die Wohnung ist schön groß. Du hast dich auch verändert, Friederike. Wohin gehen wir? Ich kenne das Haus nicht. Aber du warst schon oft hier, oder? Antworte. Da hinab? Ich will das nicht. Ich will nicht nach unten. Was ist das für ein Geruch? Kochst du? Hier? Lars, ich will nicht in dieses Zimmer. Markus, lass mich. Was sind das für Gesänge? Was ist hinter der Tür? Markus, ich habe dir nichts getan. Ich habe dir nichts getan. Ich habe dir... Wer... Wer seid ihr? Du tust mir weh. Sag mir, wer ihr seid. Sag mir, wer ihr seid. Warum ich... Das ist die ganze Nazi, die da liegt. Silke. Nein, Silke, Ben. Nimm die Fakke, welch... Nein, nein. Oh Gott. Was hat das? Nein, das ist das... Nein, das kann ich... Alles in Ordnung? Ja, ja. Du warst weit weg? Ich hatte mich verlaufen. Ich frage doch nur, Papst. Nein, wirklich nicht. Es könnte doch sein, dass du es gut gemeint hast. Deiner Tochter helfen wolltest, sondern... Ich kenne keine Frau Gantner. Ja, aber wieso ruft ihr mich dann an? Wer hat dir gesteckt, dass ich ein Zimmer gesucht habe? Ich jedenfalls nicht. Wie geht's dir denn mit deinem neuen Zuhause? Ja, ganz gut. Markus hat seine Macken, aber eigentlich geht's ganz gut. Ey, du brauchst mal Abwechslung. Fahr doch irgendwo hin. Nee, ich reise ja nicht gern. Ich hab dir Geld überwiesen. Danke, Paps. In den nächsten Tagen komm ich mal vorbei. Was ist dein, Anteil? Ist das geil. Zeig es keinem und halt die Klappe. Natürlich. Man schmeckt wieder was. Nichts steigt mehr. Erstmal nicht. Abwarten. Wem gehören die ganzen Wohnungen? Halt einfach die Klappe. Ich frag ja nur... Du sollst die Klappe halten. Kein Wort, das ist meine alte Freundin. Hallo? Er telefoniert mit ihr. Er, er lacht über sie und dann telefoniert er mit ihr. Vielleicht schämt er sich. Aber wieso? Er hat nichts mit ihr. Also, falls Sie das denken. Da bin ich mir sicher. Es ist was anderes. Ich, ich hab das Gefühl, es geht gegen mich. Aber Markus liebt Sie doch, sagen Sie. Ja, das weiß ich. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Was würden Sie denn zu jemandem sagen, der nichts mehr Rotes essen möchte? Nichts Rotes. Warum? Aus Gründen der Religion. Ich verstehe nicht. Aus Gründen der Religion? Ich hatte übrigens mal eine Patientin, die so hieß Frau Gantner. Ehrlich? Aber die ist verstorben. Woran? Friederike? Hallo? Jetzt mach schon auf. Ich bin's, Silke. Was soll das? Hey, ich hör doch, dass du da bist. Ich hör dich atmen. Ich hör sogar die Vögel durch die Sprechanlage. Bist du das, Markus? Lass den Scheiß. Ich wollte... Mann, mach auf. Seid ihr durchgeknallt oder was? Friederike? Markus? Was ist los mit euch? Friederike, Friederike. Und dafür, dass du mich nicht magst, verlangst du ziemlich viel. Erzähl es oder lass es bleiben. Ich weiß da eigentlich gar nichts. Ihr kennt euch seit Jahren. Ihr arbeitet in derselben Kneipe. Und du weißt nicht, wo er gewohnt hat? Klar weiß ich, wo er gewohnt hat. Aber ich war nie bei ihm zu Hause. Er mochte das nicht, wenn jemand bei ihm klingelte. Er hat auch nie jemanden reingelassen. Und seine Vermieterin? Keine Ahnung. Ich sag doch, ich war nicht in der Wohnung. Geht er heute noch manchmal in seine alte Wohnung? Was ist denn das denn? Ich frag doch nur. Willst du Markus ausspielen mir? Nein. Ich glaube an Zufälle. Aber das hier ist merkwürdig. Die Frau ruft mich an. Dann taucht sie im Schwimmbad auf, als ich Markus kennenlerne. Später höre ich, wie Markus mit ihr telefoniert. Und dann im Supermarkt, ja? Wir gehen einkaufen und plötzlich... Markus, hast du sie gesehen? Wen? Frau Kantner. Wo? Da. Sie ist um die Ecke gegangen. Du spinnst. Komm. Langsam. Da ist niemand. Sie war es. Und Finschon, die können auch einkaufen gehen, wo sie will. Na, ihr beiden? Boah, Silke. Ja, was? Du hast mich voll erschreckt. Früher warst du nicht so schreckhaft. Habt ihr die alte in den roten Klamotten vorhin gesehen? Wo? Ich habe seine Vermieterin nie gesehen. Und wenn er sie noch trifft, dann wird er sie in eine Erklärung haben. Ben, liebt er mich? Was? Ob Markus mich liebt. Darum gehe ich aus. Wieso? Na ehrlich gesagt, ich wäre nicht mit dir zusammen. Du bist so ein Arsch. Sie hat mich angerufen. Und dann? Sie war bei mir in der Kneipe. Sie traut ihr nicht mehr, Markus. Wieso das denn? Denk an mich, wenn es wieder losgeht. Ich kann das Geld gebrauchen. Halt die Klappe. Keine Ahnung, was das für Vögel sind. Ich glaube, ich lasse das mal mit der Bestimmung. Und dann könnte ich ja auch nur die Art bestimmen. Den einzelnen Vogel würde ich sowieso nicht wiedererkennen. vielleicht kommt jeder Vogel nur einmal in seinem Leben in diesen Park. Gut, dass ich nicht reisen muss. Sie sehen sich alle ähnlich, sind aber immer anderer. Und während ich einen Vogel, den ich von letzter Woche zu kennen glaube, rufe, Anton, Anton, ist Anton bereits in Ägypten und badet im Niel. Aber meine Körner könntet ihr schon fressen. Das fände ich schön. Geht bestimmt genug im Park zu fressen. Auch im Winter. Aber wenn ich euch schon füttere, könnt ihr das auch annehmen. Und das Bett gefesseln. Zum wiederholten Mal. Tausende Kerzen. Wie ein Ritualmahl. Die kurze Zeit. Und... Lasst dir Zeit. Noch drei Runden. Dann habe ich es geschafft. Warum wolltest du heute schwimmen gehen, Markus? Ich taure den Kopf unter Wasser, aber ich sehe, wer am Rand sitzt. Wer zu den Kabinen geht. Sie ist nicht hier. Ich schwimme gern. Aber seit ich dich kenne, Markus, denke ich über die Tiefe des Beckens nach. Kinder tauchen unter mir. Der Boden rutscht abwärts. Verschwindet. Nach und nach. Wird das Wasser dunkler? Oder dreckiger? Ins Boden lose nennt man das. Nicht einmal das Licht schafft es so tief hinab. Wer wohnt da? Hallo? 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 Wer wohnt da? Was schwimmt da? Tote Vögel? Wer hat euch vergiftet? Ich bin schwererlos. Mein Herz klopft die Wellen durchs Becken. Sein Abgrund ist voller Laute. Ich möchte nicht wissen, wie viel man im Nil hört. Vom Boden. Vom Grund. Das Reisen ist sowieso nichts für mich. Nicht im Zug. Nicht im Wagen. Auch nicht auf einem Flugzeugträger. Bitte Rieke! Bitte Rieke! Wo warst du gestern Abend? Ich habe bis kurz vor Mitternacht verangesehen. Vielleicht war es nicht ganz so lang. Aber du warst noch nie so lang weg, ohne es mir zu sagen. Was macht ihr? Was macht ihr, wenn ihr euch seht? Schuldest du ihr was? Du musst dich was schonen. Wieso soll ich mich schonen müssen? Erklär mir warum. Ich erkenne dich kaum wieder. Früher haben wir mehr unternommen. Ich wusste immer, wen ich treffe, wenn ich zu dir komme. Du hast mir Sicherheit gegeben. Was willst du von mir? Du hast ja schon lange nicht mehr sonntags bei mir geklingelt und gefragt, ob ich spazieren gehen will. Ich habe geklingelt. Weiß ich nichts von. Zu viel Schnee hier. Die Vögel benehmen sich merkwürdig. Die haben keine Scheu mehr. Verhalten sich wie, was weiß ich, jedenfalls nicht wie Vögel. Silke, ich habe noch zu tun. Also, wenn du mir einfach erklären könntest, was dich plötzlich wieder zu mir treibt. Was hast du denn zu tun? Studierst du neuerdings? Warum warst du in der Bibliothek? Woher weißt du das? Ich habe dich gesehen. Von der anderen Straßenseite aus. Ich gehe in der Mittagspause immer eine Runde spazieren, vertrete mir die Beine, immer sitzen, du weißt schon. Und da habe ich dich gesehen. Ich habe mir ein Buch über Vögel ausgeliehen. Und solange ich keinen Job habe, lese ich halt. Und die anderen Bücher? Welche anderen? Ägypten, Flugzeugträger. Was? Wie konntest du das erkennen? Von der anderen Straßenseite aus, meine ich. Gander sagt auch, du musst aufpassen. Du kennst Frau Gantner? Wen? Frau Gantner. Ich habe den Namen noch nie gehört. Das müsste gehen. Boah, wie das Zeug stinkt. Als würde alles innen faulen. Wieso stinkt das so? Sieht aber noch gut aus von außen. Mumien in Frischhaltefolien. Wenn jemand das findet, hält er uns für pervers. Will dir wohl niemand in der Mühltonne? Könnte ich in eine Alukiste legen und in den Park begraben. Tausend Jahren findet jemand euch und dann landet ihr im Museum. Rituale von Markus dem Kölner. Noch mal in Zeitungspapier. An das Bett. Im Keller. Ach du Scheiße. Rein zum Rest. Eine Hand unter die Tüte. So. Ab mit euch. Sehen aus wie tiefgefroren. Heute wollen Sie gar nichts reden? Mir fällt nichts ein. Wie geht es Markus? Markus. Ja. Ihrem Freund. Wieso interessiert Sie das? Sie kennen ihn doch gar nicht. Ich wollte Sie nur sozusagen antippen. Ihnen unter die Arme greifen. damit Sie etwas erzählen. Ich will nicht über Markus reden. Gut. Wann ist Ihre Frau Gantner denn gestorben? Das weiß ich nicht auswendig. Das ist schon einige Jahre her. Warum war sie bei Ihnen? Darüber darf ich Ihnen nichts erzählen. Ja, das hätte mich auch gewundert. War sie religiös? Ich würde auch niemandem etwas über Sie erzählen. Aber Frau Gantner ist tot. Das kann schon sein. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass mir eine Schweigepflicht auferlegt ist. Ist sie tot? Oder nicht? Ich habe Ihre Todesannonse in der Zeitung gesehen. Und sie war seitdem nicht mehr bei mir. Also gehe ich davon aus, dass sie verstorben ist. Sie gehen davon aus. Wie sah sie aus? Frau Meitzer, das gehört einfach nicht hierher. Entspannen Sie sich und erzählen Sie mir, was Sie die letzten Tage gemacht haben. Ich habe die Vögel gefüttert. Ich weiß nicht, was Sie da für ein Gewürz drauf machen, aber es schmeckt einfach fantastisch. Ich würde schon gern wissen, was ich esse. Bist du los vor der Wege? Kein Hunger? Doch, doch. Ich höre euch zu. Das ist das erste Mal, dass ich auf seinen Mund höre. Das ist ja interessant. Hast du die Bücher gelesen, die du dir ausgeliehen hast? Zum Teil. Was für Bücher? Ägypten zum Beispiel. Alte Kulte, Rituale. Die haben ganz schön blutige Brötchen gebacken, die Ägypter. Möchtest du da mal hin? Urlaub machen am Roten Meer? Tauchen oder so? Nein. Das soll aber schön sein. Ich mache mir nichts aus Reisen. Warum denn die Bücher? Dann weiß ich das hier in Verhör oder was? Ich würde da gern mal hinfahren. Na, mach doch. Aber nicht allein. Nimm doch deine Vermieterin mit. Ich habe ihm die Anekdote... Was denn für eine Anekdote? Na, dass meine alte Vermieterin dich angeblich angerufen hat, dass sie mit ihr Kaffee getrunken hat. Das habe ich dir nicht erzählt, dass ich mit ihr Kaffee getrunken habe. Das hat sie bei mir so gemacht, also gehe ich davon aus, dass sie dir auch eine Tasse angeboten hat. Flieg doch einfach. Das wird dir gut tun, Friederike. Das habt ihr mit mir. Von wegen, das wird dir gut tun. Wieso interessiert es dich eigentlich plötzlich, was ich lese? Wieso warst du überhaupt in der Nähe der Bibliothek? Die liegt ja nicht gerade neben dem Supermarkt, von wegen Mittagspause und Beine vertreten, ha? Und wieso wirst du eigentlich immer netter zu mir? Das frage ich mich ja wirklich. Das habe ich gar nicht bemerkt, dass ich immer netter werde. Da passe ich doch mal ein bisschen besser drauf auf. Warum beantwortet ihr nicht einfach meine Fragen? Das ist doch merkwürdig. Und noch merkwürdiger ist, dass meine Freunde und Bekannten... Der Bekannte, das bin dann wohl ich, oder? So tun, als sei alles normal und nur ich daneben. Was ist denn nicht normal? Du steigerst dich da in was rein. Dann beantworte meine Fragen. Und ich steigere mich in nichts hinein. Warum ist denn nichts Rotes mehr? Du machst es einem nicht leicht. Na klar, jetzt bin ich es wieder. Ihr benehmt euch beide daneben. Wir suchen übrigens eine neue Wohnung, Ben und ich. Was? Das ist nicht euer Ernst. Ich habe schon immer gesagt, dass unser Vermieter spinnt. Falls ihr was hört. Du hast doch Verbindungen, Markus. Die kann kleiner sein, aber wir bleiben im Viertel. Sonst muss ich zu weit zur Arbeit fahren. Das ist nicht gut, Ben. Das ist gar nicht gut. Sollen wir nicht alle mal gemeinsam wegfahren? Vielleicht klappt das, ja. Ich mache mir nichts aus Reisen. Ich arbeite dran. Wenn sie alles überstürzen, kann ich für nichts garantieren. Dann muss man berutsam zur Sache gehen. Schritt für Schritt. Dann hat man noch Erfolg. Wir haben noch Zeit. Es ist nichts, was drängt. Sie wehrt sich noch. Auch, dass es nichts Ungewöhnlich ist. Ich würde Sie auch bitten, nicht mehr in die Praxis zu kommen. Wir hatten noch abgemacht, dass ich Sie anrufe, wenn es Fortschritte gibt. Ich meine, wenn Sie sie sieht. Immerhin denkt sie, sie selbst hätte mich als Psychotherapeuten ausgesucht. Aber wie gesagt, es ist dann einfacher. Wer so viel nachdenkt, findet auch irgendwann seinen Glauben. Wissen Sie, das ist für mich... Warum gehen Sie? Ich bemühe mich. Sie können doch nicht... Ich hatte die irgendwo. Es war ein roter Zettel. War das. Ich sollte ihr Bescheid geben, sie anrufen, ob ich die Wohnung nehme. Wo habe ich den Zettel hingesteckt? Wehe, wehe, ihr habt ihn stibitzt. Wo? Ja. Wo? Aber nein, nein, nein. Das wolltet ihr natürlich nicht tun. Ich habe... Hier, meine Nummer, hat sie gesagt. Gut, und als ich den Zettel nehmen wollte, hat sie meine Hand ergriffen und sie festgehalten, während ihre Augen mich anstarrten. Ihr Blick drang in mich, als wollte sie mich hypnotisieren. Ich musste wegschauen. Draußen habe ich den Zettel in meiner Hand gehalten, ihn zerknittert. Aber ich konnte ihn nicht wegschmeißen. Wo habe ich ihn hingelegt? Den ganzen Weg nach Hause hielt ich ihn in der Hand. Ihr Blick verfolgte mich. Habe ich die Nummer beim Umzug weggeschmissen? Die Tüte mit den Papieren. Geht's her, du? Singt etwas. Dann wird die Zeit nicht so lang. Wo ist es denn? Was ist das Papier? Telefonrechnung. Nein, nein, nein. Autoprospekt. Was für ein Müll. Papier. Papier. Das ist sie. 4, 7, 3, 2, 4. Kremse. Kremse. Wieso hat sie Kremse auf den Zettel geschrieben? Oder stand es schon drauf, als sie mir die Nummer notiert hat? Kremse. Das ist aber der Zettel. Ich werde sie alles fragen. Ich werde sie alles fragen. Warum sie mich angerufen hat. Warum sie im Schwimmbad war. Warum sie Markus nicht in Ruhe lässt. Was wollen Sie von uns? Ist jemand bei der Armee gewesen? Marine. Deshalb der Flugzeugträger. Gibt es kein anderes Bild. Wäre es nicht angebracht, ein Foto ihres Mannes oder was ihr Vater aufzuhängen? Anstatt ein Bild des Schiffes, auf dem er gedient hat? Oder gibt es gar keinen Bezug zu diesem Flugzeugträger? Haben sie einen Versuch? Ja. Genau. Und ich mache mir Gedanken. Wie absurd, nicht? Na, was habe ich denn mit Ihnen zu tun? Was habe ich mit Ihnen zu tun? War Ihr Mann in Ägypten stationiert? Ja, aber wieso? Und was geht mich das an? Verdammt nochmal. Sie machen mir Angst. Verstehen Sie das? Mit Ihrem kranken Blick und Ihrem kranken Mann und Ihrem Scheißschiff. Ja, Ihrem Scheißschiff. Ich will in Ruhe gelassen werden, ja? Ich will Ihr Zimmer nicht. Ich habe es mir lange überlegt. Es mag sein, aber ich will es definitiv nicht. Nein, ich will es definitiv nicht. Ich will Ihr Zimmer nicht. Ihr Scheißzimmer nicht. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ja und? Das ist ja kein Verbrechen. Erst hat sie mit den Vögeln draußen im Park geredet. So richtig laut? Nein. War eher ein Selbstgespräch, aber zwar klar an die Tiere gerichtet. Irgendwer streut Gift raus. Ich finde jeden Tag tote Tiere unter den Bäumen. Was gibt es für Arschlöcher? Ich meiste die Almchen in die Mülltonne, weil Friederike das mit Sicherheit aufregen würde. Aber es werden tatsächlich immer weniger Vögel, die den Park durchfliegen. Sonst würden Sie begreifen, dass das ihr Ende sein könnte. Und dann hat sie sich die Kanarienvögel gekauft. Ja. Dafür ist sie reich. Und wie gesagt, Kanarienvögel sind kein Verbrechen. Darf ich dich was fragen? Klar. Wie oft siehst du diese Gantner? Sehst du jetzt auch ab? Wer nur gefragt. Halt die Klappe! Hab ich geahnt. Obwohl ich dachte, ich gehöre schon zum inneren Kreis deiner Freunde. Thema beendet. Würdet ihr wirklich mit uns in den Urlaub fahren, du und Silke? Na klar. Dann werden wir das doch machen. Also was ist Silke? Würdest du mitkommen? Nee. Danke Ihnen. Schickens Wochenende noch. Danke auch so. Wieso fragst du mich? Ich kann das nicht. Ich würde ihr einfach nur ein paar Fragen stellen. Mehr nicht. Dazu brauchst du mich doch nicht. Ich will aber nicht allein hin. Der hat einen total irren Blick. Und irgendwie geht da was ab. Was soll denn da abgehen? Ja, weiß nicht. Vielleicht gehört Markus ja einer Sekte an oder so. Oh Mann, Friederike. Guten Tag. Hallo. 12,78 Euro. Danke. Und 22 Cent zurück. Schönes Wochenende. Danke auch so. Tschüss. Markus und Sekt ja, aber nicht Sekte. Ich meine das ernst. Das geht nicht. Ich will einfach nicht. Ich habe selbst genug mit mir zu tun. Weißt du, was in der alten Wohnung passiert ist, bevor wir da eingezogen sind? Da ist einer hingerichtet worden. Gefesselt. Und dann, die Zeitungen müssen voll davon gewesen sein. Ich konnte da nicht mehr bleiben. Aber eine neue Wohnung haben wir auch immer noch nicht. Scheint plötzlich schwer zu sein. Alles im Schwimmen im Moment. Da suche ich keine kranke Alte auf. Ich darf das nicht. Du darfst das nicht? Was soll das heißen? Hey, du da! Weg von der Rutsche! Die Oberfläche ist beeindruckend. Was würden wir sagen, wenn wir unter diese Oberfläche blickten? Man muss nur lange genug auf das zappelnde Wasser starren. Dann wird jede Fläche zu einer Perspektive, in die man unterwegs ist. Aber wer will schon so weit schwimmen, bis einem der Kopf platzt? Es ist schon richtig, was Papst sagt. Halte dich an die Oberflächen. Reibe dich an ihnen. Rutsch an ihnen ab. Dann wirst du dein Leben lang beschäftigt sein. Wenn du aber die Oberfläche verweigerst, ist da nichts. Vielleicht ist da was, aber so unendlich entfernt. Und ob du lange genug lebst, das zu erreichen? Vielleicht zerbreche ich einfach zu viele Oberflächen, ohne es zu merken. Und plötzlich sind diese Abgründe unter mir. Andere Menschen fahren zu den Fjorden nach Norwegen oder zum Grand Canyon oder entfernen das Sicherheitsnetz in der Zirkusarena. Ich muss nicht reisen. Wer weiß, was dann passieren würde. Die Vögel sterben dabei. Aber die, die ich habe, sehen morgens aus wie aus Porzellan. Zu unbeweglich ist ihre Oberfläche. Und ich sage mir, noch vier, fünf von eurer Sorte. Und ich habe wieder etwas, woran ich mich reiben kann. Ja, hallo. Was machen Sie denn hier? Auch Ärzte schwimmen ab und an. Ich schwimme auch sehr gerne. Ich kann gut denken, wenn mein Körper bis zum Hals im Wasser steckt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte Philosophie studieren sollen. Das können Sie doch immer. Oder lesen Sie einfach die Bücher. Ich weiß nicht. Es geht mir nicht um ein großes Ganzes, das alles erklärt. Ich habe eher das Gefühl, nichts in meinem Leben hängt mit dem anderen zusammen. Alles ist Zufall. Und meine Gedanken sind einfach nur Splitter, die mich eine Zeit lang reizen. Wie das Gefühl geben, ich sei schlau, ich durchblicke die Dinge. Aber wenn ich fünf Minuten später meine Haare föhne, ist mein Kopf auch schon wieder leer. So als puste die warme Luft durch meinen Schädel alles nach draußen. Ich denke zum Beispiel, nicht die Fische gehören ins Wasser, sondern die Vögel. Da ist der Natur ein Fehler unterlaufen. Warum, kann ich nicht erklären, aber die Gewissheit ist da. Ein interessanter Gedanke. Ihnen fehlt nur der Glaube. Sehen Sie, das meine ich. Immer biegen Sie mich irgendwo hin. Haben Sie mich bald da, wo Sie mich haben wollen? Was soll das mit dem Glauben? Er hilft vielen Menschen. Es gibt Dinge, die man einfach akzeptieren muss. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass diese Gespräche mit Ihnen sinnlos sind. Sie, Herr Gräser, sind so sehr in Ihrer Mitte, als hätte jemand Ihre Füße im Boden fest zementiert. Und da wollen Sie mich auch hinbekommen. In diese Mitte. Ich bitte Sie, das klingt, als würde ich Sie verfolgen. Ich halte mich an den Ufern meiner Person auf. Das ermöglicht mir Offenheit. Wer in seiner Mitte ist, bewegt sich nicht. Oder er dreht sich im Kreis und der sieht sich immer nur als eins mit sich. An den Ufern aber kann ich entlanglaufen. Mich von allen Seiten sehen. Ich bin also mindestens immer zwei. Diejenige, die beobachtet und diejenige, die beobachtet wird. Die meisten Menschen setzen aber auf Ihre Mitte. Selbstreflexion nimmt man das. Ich kann mir ins Ohr flüstern? Nicht doch. Mach es anders. Ja, das ist mir letztens klar geworden, als Sie mir erzählten, eine Ihrer Patientinnen sei tot. Ich habe die Annonce gelesen, habe ich gesagt. Ich werde hingehen. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Genau das glaube ich Ihnen nicht. Über die Kreuzung, über die Schienen, an der Eckkneipe vorbei, vorbei am Hotel, am Friseurladen, an der Apotheke. Ich sehe auch, wo wir dran vorbeigehen. Was soll das? Ich bin aufgeregt. Das ist alles. Was versprichst du dir davon? Ja, entschuldige. Erst einmal bin ich darüber überrascht, dass du überhaupt mitkommst. Und dann will ich ihr Gesicht sehen, wenn wir beide zusammen auftauchen. Damit wird sie nicht rechnen. Ich wette, sie trägt ihr rotes Gewand. Vielleicht erkennt sie mich ja noch nicht mehr. Das würde mich wundern. Du misch da Dinge zusammen. Also, lass uns einfach neu anfangen. Was habt ihr vor mit mir? Erklär mir die Zusammenhänge. Von wem bekommst du die Tipps für die billigen Wohnungen? Es geht nicht immer nur um dich. Du wühlst irgendwo und weißt selber nicht, was du machst. Hat Frau Gantner eine Organisation angehört? Hä? Da steht Kremse. Aber da steht gar nicht Gantner auf der Klinie, aber da stand... Ja? Wir wollten zu Frau Gantner. Was? Ähm, wohnen Sie hier bei Frau Gantner? Haben Sie das Zimmer bezogen? Hier wohnt keine Frau Gantner. Hier wohne ich. Und Frau Gantner? Wenn es die Frau war, die vor mir hier gewohnt hat, die lebt nicht mehr. Seit wann? Ich wohne seit zwei Jahren hier. Das kann nicht sein. Ich war vor etwas mehr als einem halben Jahr in der Wohnung und habe mit ihr gesprochen. Vielleicht verwechseln Sie die Wohnung. Nein, 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 nein. Hier, äh, Moment. Ich habe diesen Zettel von ihr. Ja, das ist die Handschrift meiner Frau. Ex-Frau vielmehr. Steht ja auch Kremse da. Rita wohnt jetzt in Zollstock. Die Adresse können Sie gerne haben. Nein, es war Frau Gantner. Sie hat sich als Frau Gantner vorgestellt. Außerdem hat mein Freund hier gewohnt. Sag, 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 sag was. Hören Sie, ich habe es etwas eilig. In vier Stunden geht mein Flug und ich bin gerade dabei zu packen. Aber warum sollte sich Ihre Frau als Frau Gantner ausgeben und mir ein Zimmer vermitteln wollen? Ich meinte, das ergibt ja keinen Sinn. Ja, das sehe ich ähnlich. Ja, darf ich mal. Hey, Moment. Stopp, stopp. Markus, das, das, das sieht hier alles anders aus, aber das ist die Wohnung. So sieht es hier aus, seit wir hier eingezogen sind. Und jetzt raus hier. Ja. Wieso hängt das Bild mit diesem Flugzeugträger da? Ja, eine Schnappsidee meiner Frau. Ich wollte immer eine Kreuzfahrt machen und Sie einige Wochen auf dem Flugzeugträger verbringen. Alternativurlaub. Auch ein Grund, weshalb sie nicht mehr hier wohnt. Komm jetzt, Frederike. Nein. Frau Gantner hat mich angerufen. Ich habe mit ihr hier Kaffee getrunken. Also, wenn Sie es genau wissen wollen. Meine Vormieterin, die hat die Polizei tot im Bett gefunden. Was? Ja, jemand hat sie mit einem Kissen erstickt. Und die Wertgegenstände waren auch weg. Das kann nicht sein. Also, ich würde jetzt gerne packen. Ich mache nämlich endlich meine Kreuzfahrt. Heute Abend bin ich in Ägypten und dafür würde ich jetzt bitte schön gerne packen. Markus, sag mir, was los ist. Lass uns gehen. Nein, sag mir, was los ist. Ich höre dich sehr schlecht. Da ist ein Rauschen in der Leitung. Verstehst du mich? Ich möchte hier jetzt nicht brüllen. Ich habe mir die falsche ausgesuchte. Geld. Geld. Aber ehrlich, ich weiß nicht, wer die Vögel vergiftet wird. Was heißt, du glaubst mir nicht? Nur weil ich... Besser werde, telefonieren später. Ich kann dich auch kaum verstehen. Bei Gräser ist sie gut aufgehoben. Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Ich habe... Ja, gut. Bis dann. Ihre Tochter ist hochintelligent. Zugleich übersensibel. Sie bezieht alles auf sich. Jede Zeitungsnotiz, wenn Sie so wollen. Es scheint, dass Sie immer öfter den Bezug zur Realität verliert. Sich verfolgt fühlt. Dinge sieht, die es nur in Ihrem Kopf gibt. Nein, nein, ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht hat sie Visionen, aber vielleicht hat sie einfach nur recht mit Ihren Vermutungen. Ich weiß, dass es schwer ist, so etwas zu akzeptieren. Sehen Sie, selbst wenn sie Visionen hätte, wie sollten wir diese mit der Wirklichkeit abgleichen können? Sagt Ihnen der Name Frau Gantner etwas? Ihre Tochter hat ihn erwähnt. Friederike sagte mir, diese Frau wohne in der Grafenwertstraße 5 und sie habe sie besucht. Ich war da. Da wohnt keine Frau Gantner. Aber die Nachbarn haben mir erzählt, sie habe da gewohnt und sei verstorben, schon vor einigen Jahren. Interessant. Die Nachbarn sagten auch, sie sei merkwürdig gewesen. Habe immer Karten gelegt, spirituelle Sitzungen organisiert, habe Menschen empfangen, die in roten Gewändern auftauchten. Ihre Tochter bleibt jetzt einige Wochen in der Klinik. Wir werden sie beobachten und dann weiter entscheiden. Kannten Sie Frau Gantner? Ich werde alles tun, Ihrer Tochter zu helfen, Herr Meitzer. Du bist zu weit gegangen, Markus. Macht. Hallo. Die hat mir gerade noch gefehlt. Na ja, auf mich darfst du in Zukunft auch verzichten. Dann machst du es dir aber ziemlich leicht. Schlimme Sache. Ihr Vater hat gerade bei mir angerufen. Ja, ja. Ja, lass gehen. Wir könnten alle zusammen hin. Lass mal. Wieso? Ich bin weg. Wir sprechen uns noch. Was meint der? Mal sehen. Bleib ruhig liegen. Du warst es. Beruhige dich. Du warst es. Du lässt mir keine Wahl. Du hast sie erstickt. Und jetzt bittet sie mich um Hilfe. Sei leise, verdammt noch mal, wenn mich einer hört. War Ben auch dabei? Sie sind verrückt. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Seid doch ruhig. Bin ich die nächste Frau Gantner? Lass mich. Kann mir mal jemand... Hilfe! 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 Von Guy Helminger. In weiteren Rollen Wolfgang Rüther, Paul Fasnacht und Guy Helminger. Technische Realisation Günter Kasper. Regieassistenz Gerrit Bohms. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Schallis. Gange defer. Gange stin. W Cordann Punkt. Ausmlos des Westdeutsch. Vielen Dank.